Das war cool gemacht. Da muss ich mich jetzt machen. Doch nicht. Boah ey, ich mag diese Kinder nicht mehr. Was ist auch noch? Hier noch was. Ah ne, freut mich. Hier noch was. Ah, da blicken wir uns. Ah, Credits, das ist immer gut. Da müssen wir jetzt hier durch. Und wieder ordentlich krabbeln. Krabbel, krabbel, krabbel. Und da durch. Suck. Okay. Sehen Sie. Ich habe mit diesem Trick schon drei Stunden überlebt. Gesehen? Einfach zurückschießen. Kontrollraum. Ah, wir gucken gleich an meinen Austausch. Da haben wir schon was gesammelt. Na, ne. Leider nicht. Ich bin gespannt, was uns jetzt erwartet. Ich bin gespannt, was uns jetzt erwartet. Abschalten. Ah, jetzt können wir anscheinend da unten durch die Tür, die wir eben gerade gesehen haben. Oh, ne, ne, ne. Es war so klar. Klar. Ach, noch mehr an der Rad. Ach, noch mehr. Ach, noch mehr an der Rad. Ach, noch mehr an der Rad. Ach, noch mehr an der Rad. Ah, guck mal, jetzt kommt er wieder weiter, super Oh, das war ja alles Man kann es halt auch schweben Dann machen wir aktivieren Oh, das ist schön, dann Oh, das ist schön, dann Das war auch Ah Ah, ich muss jetzt auf das doch beschreiben Super Wow 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 Stromausfall Stromausfall In der Ecke In der Ecke In der Ecke Anweisung des Aufzugs Super, hab doch keinen Energiekern Ah Aber jetzt kann ich ja wenigstens mit dem Aufzufangen Das ist ja auch was Boah, 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 manno, manno, wie da Ich habe totale Gänsehautes Das ist unglaublich Wie ein Spiel so ein So reinziehen kann Ah Ah Nein, der Ecke Und da geht die Tür auf Ach, sag mal Ah, wir haben die Aufgabe geschafft Okay, was macht das jetzt? Oh, nee 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 Bill, komm Ah, da ist sie schon wieder Mein Gott Er hat sich auf, als er die Kaffee wieder aufschnebt. Du bist nicht Nicole. Nicole ist tot. Du bist nicht real. Ich war mir jetzt so. Ich weiß nicht, mal ein bisschen Munition. Ich habe mir kaum, ob hier noch irgendwas ist. Ich weiß, man weiß ja nicht mehr. Ach, ein Stratepack, das ist immer gut. Na, hier ist nichts mehr. Dann gehen wir mal weiter. So. Sie verfolgen mich mit einer Art Helikopter. Sie sind fast hier, beeilen Sie sich. Komm, hau, hau. Ach, der Fahrstuhl. Oh, mein Gott, Mann. Oh, mein Gott, Mann. Oh, mein Gott, Mann. Oh, erst mal abschneiden. Das ist immer noch ein dritten Kapitel. Ich will, da war nicht lang. Hopp, Aires. Oh, nein, Mann. Achtung! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Alter, schwerer, 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 Mann, 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 Komm, lass mich rein. Und weiter geht's. Das ist Titan Man, habt ihr gefunden? Schnell in die Kirche! Willkommen bei der Church of Unitology hier auf der Titan Station. Dana, warum die Unitology Kirche? Warum hier? Sie ist einer der wenigen Plätze auf der Titan Station, die Titan Man wegen der Trennung von Kirche und Staat nicht überwachen kann. Nein, Dana, wir sollten nicht hier drin sein. Das ist der letzte Ort, an dem wir jetzt sein wollen. Isaac, mein Bruder starb, als er versuchte sie zu retten. Das ist wichtig. Und es wird funktionieren. Ich bin in einem Schutzraum ganz oben in der Kirche. Kommen Sie dorthin. Ah, Langsir, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Tag, jetzt schluck. Ja.